Wir sind heute hier in Westerland bei der Nikolai-Grundschule und nehmen einen Radaussong auf Friesisch auf. Genau, und ratet mal welchen. Okay. Schiff. Ach, ach, ach. No, 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 Nieschiff. Richtig, der Engelssong. Gucken wir also, ganz gespannt. Ja, und die Kinder waren alle schon sehr aufgeregt. Weil wir heute was singen und da nehmt ihr uns laut. Ja, und was ist Friesisch? Es ist eine Sprache und kam mit den Friesen, die auf ungefähr 800 n. Chr. von Westfriesland hier auf die Inseln kamen. Und um 11.00 Uhr nach Christus wurde das Festland besetzt, sozusagen. Und seitdem lehne ich hier Friesen. So einer hier vielleicht. Naja, die Mikrofone wurden aufgebaut und los geht's. Ja, ein bisschen warm machen, bevor man singt, ist immer gut. Und vorher wollte ich aber unbedingt noch ein paar Worte auf Friesen schwören. Ja, und die ganze Aktion ist? Für einen Musikwettbewerb, der vom Friesischen Rat mit anderen zusammen ausgeschrieben wurde. Und der nächste Woche endet. Wir sollen da also was einschieben. Wer hat den Engelsong eigentlich übersetzt? Ich hab das übersetzt und hab es mit den Kindern zusammen in vier verschiedenen Schulen im Friesischunterricht geübt. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. In vier verschiedenen Schulen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben das echt toll gemacht. Hier auf Sögel zum Beispiel sprechen wir noch ein bisschen Friesisch. Es gibt noch ein paar, ich schätze 2000, 3000 Leute, die noch Friesisch sprechen. Auf anderen Inseln ist es mehr und auf dem Festland wird es auch noch gesprochen. Ganz besonders die ältere Generation, oder? Jawohl. Okay, also ich. Arne hat noch ein paar Ideen ausprobiert und dann ging's los. Alle Hubschrober flö ab, ob, 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 ob. Wenn das zum Beispiel nur zwei Kinder machen und die anderen antworten dann, dann flö ob. Alle Hubschrober flö ab, flö ab. Alle Rommeln flö ab, flö ab. Es erinnert irgendwie ein bisschen an Plattdeutsch. Aber Friesisch ist doch irgendwie anders. Naja, die Radau-Brüder waren auf jeden Fall begeistert von euch. Ihr habt so toll gesungen. Und wir hoffen, dass ihr mit unserem Song ganz weit vorne im Wettbewerb landet. Viel Glück und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, Andra Daudi, die extra gekommen sind, um uns auch aufzunehmen. Bitteschön. Super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, sagen wir. Verwält. 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 Verwält.